Du kennst Feng Shui nicht? Bei mir beim Chinesen immer nur die Nummern. Die 52 zum Beispiel ist richtig gut. So ein gebratener Reis mit so ein bisschen Rindfleisch. Beim Feng Shui geht es nicht ums Essen, sondern ums Einrichten. Und es ist total schlecht fürs Ski, wenn Durchzug herrscht. Hey! Sagt bloß, ihr habt euch wieder vertragen. Ich werde meinen Teil nicht verkaufen. Das heißt also, wir sanieren. Ja. Wir? Andi hat bei Brandner Bau einen Kostenvoranschlag eingeholt. 75.000 Euro. Autsch. Und das ist nur der Freundschaftspreis, ne? Deswegen machen wir das selbst. Wie, das ganze Haus? Wir sollen alle Türen austauschen, abgesehen von diesen Schimmel-Venden. Wie sollen wir das denn bitte stemmen? Na ja, also nicht nur ihr mit, sondern auch ihr mit. Hahaha. Darf ich da vielleicht eine Nacht drüber schlafen? Nee. Ich hab nämlich einen ganzen Posten von diesen Feuerschutztüren an der Hand. Das sind genau die, die wir brauchen. Und das ist ein super Sonderangebot. Aber? Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Der LKW ist schon auf der Autobahn. Und wenn er die nicht bei uns abliefert, dann... Dann woanders. Wir könnten schon mal die alten Türen ausbauen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Laut Feng Shui ist Durchzug reines Gift. Miri... Wie sieht's aus? Zieh mir das durch? Ja klar. Natürlich zieh mir das durch. Wenn ihr die Türen gleichzeitig rausnehmt, zieht das ganze gute Chi ab. Wenn Feng Shui nichts zu essen ist, dann lass mich damit in Ruhe. Okay. Ja, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Olli, ich geh wieder runter. Danke. Kann mir mal einer erklären, warum die nicht mitarbeiten muss? Weil sie die Schicht um nur Limits hat. Ja toll, und ich hab ihr auch die Fingernägel lackiert. Du, das ist den Türen egal. Ja, wir haben da auch noch ein echtes Problem. Nämlich? Der Flur ist unten zu eng. Wir protzen das ständig mit den Türen an. Ach komm. Schmeiß wir die Türen einfach durchs Fenster in den Hof. Die brauchen wir doch eh nicht mehr. Kommt mit, ich zeig's euch. Na ja. Nur noch 14 Stück? Ja, wenn wir uns beeilen, dann sind wir in zwei Stunden durch. Lassum könnte der Lkw mal kommen. Dann kommen denn deine knackigen Kollegen vom Bau? Die sind zu teuer. Olli und Christian wollten lieber ungelernte Fachkräfte wie dich haben. Darunter leidet natürlich die Qualität. Die Materialkosten sind aber auch nicht ohne. Deswegen halte ich ja Ausschau nach Restposten und Sonnenangeboten. An die Wände müssen wir aber trotzdem dringend ran. Ja, sobald ich die Spezialfarbe hab. Ja, und wenn das nächste Sonderangebot erst in ein paar Monaten kommt? Magst du nicht mehr? Nimm mich. Andi, das ist mein Ernst. Solange wir den Schimmel haben, muss ich die Pension dicht machen. Und die Küche im No Limits ist auch zu. Das ist eine Menge Kohle, die uns durch die Lappen geht. Hm. Na, dann sind da noch unsere Mietnachlässe. Ja. Du erwartest ja wohl nicht, dass wir das umsonst machen, oder? Wenn das lange so geht, sind wir pleite, bevor die Renovierung ruhig ist. Naja, im Notfall habe ich ja noch das Geld von meiner Hausrat. Ich bin im Brand auf Königsbronn. Fritzinger, hallo? Moment, der Empfang ist ganz schlecht. Ich versteh Sie nicht. Sie verstehen mich nicht. Papa. Hey. Ist alles in Ordnung? Ich muss mit dir reden. Aber nicht hier. Ja, klar. Ja. Ja, toll. Und wer redet mich? Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe noch einen ganz wichtigen Termin. Keine Chance, Jessica. Ah. Hättest du wirklich einen Termin, wäre das definitiv schon früher eingefallen. Ja. Und jetzt sieh es mal so. Jetzt sind deine Fingernägel schon ruiniert. Leute, wir haben ein Problem. Unser Lkw-Fahrer, der hat seine Lenkzeit überschritten. Und jetzt muss er acht Stunden Pause machen auf einem Rastplatz in Koblenz. Wie? Das heißt, die Türen kommen heute nicht mehr? Und die Alpen liegen kaputt im Hof. Und jetzt? Ich könnte den Transporter von Brandenabbau ausleihen. Und dann? Ja, dann laden wir die Sachen halt um. Das dauert viel zu lange. Ich beeile mich. Cool. Dann kann ich auch abhauen. Perfekt, Giz. Wir haben keine einzige Tür im Haus. Das heißt, wir müssen Nachtwache halten. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Vielleicht hätten wir auf Miriam hören sollen. Dann wäre uns das hier jedenfalls erspart geblieben. Wie bescheuert muss man auch sein, sogar die Haustür zu entsorgen. Schmeiß einfach alles in den Hof. Braucht eh keinen Mensch mehr. Eine echte Fritsche eben. Ich mach mir einen Kaffee. Du auch? Am besten gleich eine ganze Kanne. Super, Jungs. Dann schieben die mich auch noch nach unten ab. Ich bat. Oh, echt? Super, dass ihr mir auch einen gemacht habt. Keine Ursache? Wirklich witzig. Bin ich auch. Jungs, das ist mal im Ernst. Ist echt öde da unten. Wir schicken dir das Pferdemädchen vorbei, wenn sie zurück ist. Versprochen. Nein, nicht das Pferdemädchen. Was ich dir die ganze Zeit schon sagen wollte, diese Fotos für die Werbekampagne. Ich habe letztens so ein Plakat gesehen und da dachte ich, wow. Ich jetzt? Ja, was? Man kann seine Meinung noch mal ändern, oder? Aber deine Haare, sag mal, haben dir irgendwie die grauen Haare weggemacht? Das war retuschiert. Sie macht dich immer so. Ich hole noch mal Nachschub. Ja. 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 Musik Musik Sind wir reingeschlafen? Schon so Oh Mann, tolle Nachtwächter sind wir Na, wieder wach? Was? Wir haben nicht geschlafen Gebt euch keine Mühe, Jungs Ich war vorhin schon mal oben Ja, also wenn ihr jetzt ausgeschlafen seid, dann könnt ihr schon mal mit dem Türe schleppen anfangen Und was macht ihr? Ich mache Kaffee, am besten zwei Kannen Und ich brauche meinen Schönheitsschlaf Also macht bitte nicht so einen Lärm, ja? Musik 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 Musik